Dieser Filter entscheidet jetzt, welche Tuchmaske wir machen müssen. Eine Giraffe? Ich glaube, ich habe gar keine Giraffen-Tuchmaske. Mal schauen, ob ich was in meinem Geheimversteck finde. Und mit Geheimversteck meine ich natürlich meine Bank. Meine Tuchmasken sind alle hier. Und hier muss ich jetzt suchen, ob ich überhaupt eine Giraffen-Maske habe. Also hier haben wir schon mal einen Eisbär. Hier haben wir ein Schwein. Ein Esel. Oh je, Leute, es sieht wirklich schlecht aus. Wir haben hier noch einen Igel. Hier muss doch irgendwo eine Giraffen-Tuchmaske sein. Okay, ich glaube hier, ich sehe hier was. Oh yeah. Das hier ist eine Limited Edition von Balea. Und wie ihr seht, ist hier eine Giraffe drauf. Ich bleibe einfach die Tuchmasken-Königin. Ich wette, ihr findet da draußen keine Tuchmaske, die ich nicht habe. Mal schauen, wie diese Tuchmaske hier aussieht. Die ist so süß. Einfach draufgeben. Und die fühlt sich wirklich richtig gut an. Ich sehe einfach aus, wirklich wie eine richtige Giraffe. Ich wette, dass ihr niemals rausfindet, welche Tuchmaske ich nicht habe.